Ich kann doch schon mal in die Community gehen. Ich kann doch schon mal reingehen hier. Buh. Buh. Hallo. Hallo. Ich könnte auch wieder was trinken. Ich habe den ganzen Streamings getrunken irgendwie. Gefährlich. Ja. Ich merke an meiner Stimme irgendwie. Streamer verdurstet live? Ja, bis das passiert, dauert es glaube ich noch ein bisschen. Ich muss doch live verdursten. Ach Gott ey. Ich müsste an mehr Kartteile freischalten. Ich habe irgendwie bloß in dem Spiel stand hier Müll. Machen MK7 LP. Habe ich doch schon Homepage. Aber wen meinst du jetzt? Erik macht es ja auch gerade deswegen. Ich glaube er meint dich, ja. Habe ich doch schon. Wahrscheinlich habe ich drei Pilze bekommen auf der Abkürzung. Hä? Ja, geil. Ja, drei Blue Shales jetzt. Die können gar nicht kommen bei drei Spielen. Oh, ja wahrscheinlich hast du. Ja, fahr mal vor. Komm. BAM. Nein, das hat mich selbst getrunken. Eieieiei. Direkt der Beste hat gewonnen. Nice. Boah, das muss Corona sein. Ja, glaube ich schon Jay. Einfach Albtraum, dass man auch mein erster wird, das man kennt. Also irgendwas, natürlich eine Ausrede, aber irgendwas ist mit meinem R-Knopf nicht richtig. Manchmal lässt der ihn einfach los. Das habe ich mit meinem Y-Knopf. Das merke ich immer, habe ich jetzt immer immer in Nintendo 2 und in 3 D-Land gemerkt. Genau. In 3? Wie heißt das Spiel? 3? Kannst du mal aufhören, immer drei Red Shacks zu haben? Nein. Das ist mein Signature-Item jetzt. Ah. So, jetzt spreng ich dich aus dem Leben. Wo ist die? Hä? Wo ist die? Wo ist die? Ich hab so... Gegen den Balken, Alter? Die ist aber da nicht weggepackt. Ich hab's auf der Karte, ja, ich hab auf der Karte gesehen, es sieht mega komisch aus. Aber die Bitkarte ist scheiße. Boah. Ja, halt echt. Vor allem bei so Spielen wie Splatoon 2, wo die immer viel abgeht. Boah. Das sieht echt furchtbar aus. Und bei Smash haben sie sich gedacht, nee, Alter, vergesst es, da brennt die Konsole. Wir lassen es lieber. Vor allem, weil Splatoon ist ja eh immer schon so laut. Und wenn man auch Video aufnimmt, ist sie einfach kurz vor mir explodieren, glaub ich. Alter. Ich wollte eigentlich ein Lüftergeräusch machen und bin dabei fast gestorben. Man kennt's. So, wieso bist du da vorne? Kannst du mir das mal erzählen? Weil ich gut bin. Irgendwie schon. Wow, ich fahr fast fast davor. Geil. Wow, ich auch fast, weil ich den leer gefahren bin. Den mach ich nach. Nice. Ja, erstmal einfach erstmal verbauen. Geil. Ja, mach ich im Re-Life auch gemacht. Wenn jemand anderes einen Unfall baut, denk ich mir, boah, das ist mein Vorbild, Alter. Richtig Bock. Fahr ich direkt hinten rein. Mann kennt's. Warum existiert eigentlich diese eine Abplatzung zu Beginn der Strecke nicht mehr? Warum gibt's hier nicht mehr? Ich glaub, weil die Physik einfach anders ist. Was? Ich hab drei... Ich hab's gesehen. Ich hab drei... Hä? Bedrohung. Das ist... Ich hab drei grünen Shells und fahr trotzdem in die Bananen. Das ist so... Das ist... Also... Ich weiß gar nicht, welche Reifen ich hab. Man sieht's doch einfach nicht. Ach stimmt, die Goldreifen. Ich muss ja flexen mit deinem Gold hier. Das sind die Bafög-Reifen. Ja. Halt echt. Ich fall eh nochmal runter, weil Reifen... Die sind halt wirklich... Man rutscht so fast. Alter. Das war knapp. Ja, das... Diese Reifen. Ja, du gewinnst trotzdem, weil ich kacke bin. Ja! Oh Gott! Oder auch nicht. Alter. Das war vor so einem Monty weggeballert. Nein, grünen Schellen. Grün Schellen. Man kennt's. Ja, wobei, ich bin ja gar nicht erst noch schlimm. Hat die dich nicht getroffen? Nö. Ich bin ausgewiesen. Okay, ich dachte, in dem Gang trifft die dich safe. Nö. Was? 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 Not Luigi Time. Was ist das jetzt für ein Anfall? Boop, boop. Ich bin 8-Bit geworden. Ah, man kennt's. Benni hat für Freitag wieder was komplett beklopptes. Ich hab's schon gesehen. Das ist aber dafür erst was... Hä? Hä? Ja. Da hat er wieder Abschluss gehabt. Keine Ahnung. Anders kann ich nicht erklären, was bei ihm dann schon abgeht. Also Leute, ihr wisst ja manchmal nicht, was in dem... Ihr kriegt ja den schönen Tagesplan auf Discord. Ja, ich... Aber was Marvin da immer lesen muss... Hä? Ich hab das heute in Benni Chat gepostet. Die wissen das. Ah, das ist... Zumindest die da waren. Ich weiß noch, wie lange... Irgendwie ein oder zwei Wochen lang war das so eine Story von Benni, wo er seinen Stängel immer einklemmt die ganze Zeit. Ja. Das war ganz, ganz arg. Top 10 Aussagen. Scheiße. Nein! Nein! Oh! Oh! Was? Ich hab noch... Ich hab noch den Goldpilz gehabt. Ich dachte gerade, bei mir bist du... Komm jetzt stehengeber und plötzlich so... Tschüss. Bis dann. Ich muss los, Bruder. Ja. Haha. Überhol mich doch. Oh Gott, nein! Lass uns wieder. Komm, ich krieg's zuhause. Ja, danke. Ey, halt. Hast du gelitten? Warte, ich wollte dich kaputt machen. Ja, tot. Referenz aus. Referenz aus. Dankeschön. Bitte. Hä? Du bist doch ordentlich mit der Luigi. Plötzlich kein Bock mehr. Mann, Kim. Bist du mal da auf der Rennstrecke? Nur, ich hab keinen Bock mehr. Absolut kein Bock mehr. Tschüss. Und dann krachst du in die nächstbeste Wand rein. Ja, immer. Die hab ich mir schon vorher ausgesucht. In die Wand möchte ich mal krachen. Das ist mein großer Traum. Das ist mein Lebensziel. Hä? Ich hab doch Homepage gar nicht berührt. Warum wird der jetzt getroffen? Let's go. Ich verwende nicht den Gyro-Sensor. Den Gyros. Den Gyros-Sensor. Genau. Alter, ein extra S wär geil. Ja. Was ist das? Auf geht's. Mein Feinleiner dringt jetzt tief in die Feinleiner. Ja, da hab ich auch gedacht, was? Mein Rüssel fegt durch Brüssel. Wir können ja mal die besten Sprüche durchgehen aus dem Kalender. Vor allem, wie lange geht das schon so? Keine Ahnung, zu lange auf jeden Fall. Das geht so seit dem 6. Juli, Alter. Ja. Leute, mir fehlt das Gold-Card, was? Wie bekommt man das? Ich dachte, ich hätte jedes Kart-Teil was zum Teufel. Ich glaub, durch eine Million Münzen. Ach so. Ich weiß nicht, wie viele, aber... Eine Million? Nein. Pro Rennen kriegst du maximal 10. Ja. Ja, es war los, Crying. Let's go. 100.000 Rennen. Nee, was ist das denn? Oh, scheiße. Ja, jetzt ist dein Bruder der Erste. Ich raste. Bruder, komm zurück. Bruder muss los. Tschüss. War nicht Bruder muss los? Letztes Jahr Jugendwort? Ich hab keine Ahnung. Yes! Über die Wande. Ich hab jetzt gesehen, es gibt die neuen Nominierungen. Ich muss darüber eigentlich wieder ein Part machen, so wie immer. Oh Gott. Weil da waren ein paar dabei, da dachte ich mir, das ist relativ... Also das stimmt, da war sowas wie Hobbs genommen. Und Ehrenmann war da auch dabei. Wobei, Hobbs genommen habe ich bisher bloß bei YouTube gehört, ehrlich gesagt. Nee, Hobbs genommen, ich... Es ist auch nicht jetzt... Ich verbind's jetzt nicht mit 2019 oder 20, ist schon länger her irgendwie, aber... Das kennt man wenigstens. Da waren auch so ein paar der Sachen dabei, da dachte ich, what? Aber eins, da dachte ich, das muss gewinnen. Ich weiß nicht, war das Ehrenmann? Nee, ich glaub, es war... Ich glaub, ich mach einfach ein paar darüber. Ja, also Ehrenmann hört man echt oft. Ehrenmann, sowas wie Bruder muss los. Ich glaub, es war da wirklich letztes Jahr, aber es passt ja auch perfekt. Ja. Das war aber zu gut. Musst du jetzt einen Stern haben? Nö, aber das Spiel wollte er schon mal so. Wow, da kommt noch eine... Alter! Ja! Eigentlich müsste ich in den Tagesplan immer, wenn die Sprüche mit eintragen. Ja, aber irgendwas... Man müsste eigentlich irgendwas Dummes, aber dann weiß niemand mehr, wer wann was streamen will. Ja! Und einfach nur noch Scheiße mit eintragen. Hallo! Was? Du, man hat mal keine Schutzzeite in dem Game? Scheinbar nicht. Bei den Feuerbärchen halt wirklich nicht. Schramm dich we... Was? Von wo? Von der Homepage vorne. Ey, ich... Ich flippe. Oh, Grusche, ey. Du passt immer an Backflip. Tableflip, tschüss. Liegt eine Bombe im Gras? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Liegt eine Bombe im Gras? Man kennt. Freut mich mit dem Gras auf. Ja! Sand, was ist das? Ich kenn nur Gras. Nein. Doch. Nein. Nein, der ist vorbei. Schlecht berechnet. Schlecht berechnet. Der Vektor war falsch. Ich bin über die Kleidrampe gesprungen. What the fuck, Ovech? Wie hast du das geschafft? Man kennt es. Ich konnte da betrug. Ja, aber MK7 ist eh manchmal ein bisschen weird in der Physik, finde ich. Ja. Nicht ganz so weird wie MKW, aber... Das ist auch... Maximal... Maximal komischste ever. Der Kugelgony ist aber echt scheiße in dem Spiel. Ja, finde ich auch. Und der sieht echt eckig aus. Ja, aber man muss sagen, dafür, dass es eines der ersten Teile der Spiele ist, ist es eigentlich echt schön, muss ich sagen. Das stimmt. Der Grafik, ja. Ja. Ich mag es auch. Ich mag die knalligen, poppigen Farben. Ja. Oh, nein! Ja! Mann! Es war... Ey! What? Ich finde es halt auch vom Humor her deutlich cooler als PM2 zum Beispiel. Ich bin ge... What the fuck? Ich bin vor der Ban... Mann! Vor der Kanone war eine Banane, ich bin ausgerutscht und bin über die Beschneidungsstreifen drüber und bin deswegen in der Kanone festgesteckt quasi kurz. Geil! Oh, war das... Oh, schade. Der Snipe wäre schön gewesen. Dann wäre Jay aus dem Leben gelöscht gewesen. Einfach gelöscht? Einfach weg! Jay.exe konnte nicht gefunden werden. Ha, ha, ha. Schüsse hier. Feuerbälle, ey. Das ist aber keine Ruhezeit. Das ist ja krass. Ruhezeit wollen. Nach 22 Uhr gibt es keine Feuerbälle mehr. Mann, geht's. Ein Mann-Spiel. Och Jay, och nö, och nee, och Gott, och hilf mir. Bam! Ah, nein, ich hab mich selbst getroffen quasi. Perfekt. Klagen geglückt. Gott, wo hab ich denn mein Ladekabel? Das kann ich dir nicht sagen. Ach, scheiße, im Briefkasten. Wo ist denn das? Marvin! Jay! Ah, ich muss das schnell versuchen. Tja, ich wollte auch mal gewinnen, Jay. Erich stirbt oder so? Keine Ahnung. Was macht der Mann da? Äh. Fahr. Wegst. Will ich fragen, was du gerade gemacht hast? Ich hab die komische Kreatur in meinem Schrank eingesperrt. Hast du Benni? Nee, das ist so eine Art Klon von Benni, aber er ist missglückt. What the fuck? Mann kennt's. Klone von Benni im Schrank. Mann kennt. Ach so. Kennt man. Ach ja. Nein! Genau. Mhm. Mann kennt's. Hab ich so auch in die Hausarbeit geschrieben und fand der Dozent mega geil. War so dran geschrieben. Hat er ausrufezeichen mega geil, hat er geschrieben. Wie so ein Chat-Command. Ja. Vor allem auch nicht mega geil ausbezeichnet, sondern ausbezeichnet nicht mega geil. Ja, wie im Chat. Ja. Und dann macht wohl halt die besten Not-Retriker aus. Der Neifert hat einfach mir die Note gegeben im Chat. Wenn der Produzent seine Vorlesung einfach live streamt auf Twitch. Das wäre richtig geil eigentlich. Ja. So nicht bei Zoom, einfach über Twitch. Ja. Das wäre richtig witzig. Was hat Tippi jetzt gemacht? 20 Reached. Hä? Ist der doch... Hat keiner gesuppt? Hä? Nee, hä? Nee, ich glaube nicht. Hä? Was? Tippi ist komplett kaputt. Also so Next Level kaputt. Ja, der Benni-Klon ist mein Lieblings-Klon-Affekt. Alter. Alter. Angriff der Klon-Bennis. Oh Gott. Willkommen zu einem neuen Klon-Krieg. Ah, ich hab schon mal kein Signal. Nein! Warum denn ausgerechnet jetzt? Ich war vorne. Beweise? Mein Stream? Das zählt nicht, der ist gezinkt, der ist parteiisch. Vorfahren hart gekämpft für dieses Wahlrecht. Fahr mal schneller. Wie soll ich denn? Was? Fahr schneller. So wie ich so, ja, ich bin gerade in der Bahn, ich bin gleich da. Ja, beeil dich mal. Ja, es ist auch so gut. Wie soll ich mich beeilen? Ja, ich würde sagen, das war auch wieder witzig heute. Nee. Kein Spaß gemacht. Nee. Einfach, nein, okay, nö, tschüss. Ich war absolut grausig. I. Ja, war furchtbar. Bäh. Ich, 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 ich nehme auch nie wieder mit dem Typen da, äh, auf, beziehungsweise stream ich mit dem. Ich weiß nicht, als ob ich mit dir noch was machen würde. Echt mal. Pff. Glaubst du nur, wer du bist? Aber ja, ich würde sagen, ich wende den Stream für heute. Danke fürs, äh, vorbeisein, äh, vorbeisein, genau. Oh Gott. Ach, Jay. Oh. Zum, zum Streamende, äh, noch ein, follow. Kann halt join. Oh. No, ja, Stream ends. Okay, dann, ciao an alle, war wieder witzig. Tschüss. 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 Tschüss.